Vielen Dank dir, Thomas. Emily würde wahrscheinlich jetzt lachen, weil sie genau weiß, meine Strategie, wenn ich weine, ist, ich trinke was. Vielen Dank wirklich, Thomas, dass du uns da so mit reingenommen hast. Auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Thomas hat es gerade schon angedeutet, meine Frau und ich haben das Momentum College geleitet, zu dem Emily gekommen ist vor zwei Jahren ungefähr und sind auch Pastoren in Berlin von der Kirche, wo sie dann hingekommen ist, jetzt vor ein paar Monaten. Deswegen ist es mir eine Riesenehre, dass sie gefragt hat, dass ich diesen kleinen Teil übernehme und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen an die Familie, an alle Freunde, an alle Mitstudenten, an alle Bekannten. So ein Tag hat natürlich eine krasse Spannung. Stefan hat das eben schon ein bisschen angedeutet, zwischen dem Feiern von Emilys Leben und dann auf der anderen Seite natürlich einer tiefen Trauer und einem Schmerz für uns als Familie, Freunde, Bekannte. Und mein Wunsch ist, dass einfach die zwei, drei Gedanken, die ich gleich teile, diese Spannung ertragbarer machen, nicht wegnehmen natürlich, aber vielleicht eine Perspektive geben, die sie ein bisschen ertragbarer macht. Ich würde gerne zum Anfang ganz kurz beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Du kennst die Situation, du kennst Emily noch viel detaillierter, viel genauer als sogar ihr eigener Vater und ihre eigene Familie. Und Gott, wir wollen heute wirklich diesen Tag nutzen, um zu feiern und dankbar zu sein für das Leben, was Emily hier auf dieser Erde hatte, mit einer Hoffnung, dass sie jetzt bei dir ist und gleichzeitig auch uns Momente nehmen, um zu trauern und um uns bewusst zu machen, was es bedeutet für uns. Ich bedanke, dass du hier bist. Amen. Ich habe drei ganz, ganz kurze Gedanken. Einmal werde ich kurz über den Weg reden, das Tal und dann das Ziel. Und beim Weg ist mir eine Geschichte eingefallen vor circa drei Monaten. In Berlin haben wir, so etwas nennen wir Dinner Partys. Das ist wie Hauskreise, Hauskirchen, Kleingruppen, wie auch immer man das nennt. Wenn du irgendwie im kirchlichen Kontext unterwegs bist, ist es einfach eine Gruppe von Leuten, die sich meistens zu Hause irgendwo trifft. Und Emily war bei uns zu Hause in der Dinner Party. Und ihre Mitbewohnerinnen waren schon was früher da und haben gesagt, ja, Emily kommt auch jetzt gleich. Die musste zwischendrin, da war ihr Herz schon ein bisschen schwächer, die muss zwischendrin einfach mal stehen bleiben, aber die kommt gleich. Und die haben das mit so einer Freude gesagt. Und ich dachte so, krass also. Und aber man hat gemerkt, trotz dieser krassen Herausforderung, selbst auf dem Weg zu einem Zuhause, die Leute, die mit ihr um sie herum waren, und ich glaube, das steht so sehr für Emily, kamen mit einer Freude an. Und dann auch als Emily kam, hat sie noch ein paar Witze darüber gemacht, dass sie nicht schneller da sein konnte. Und hat dann bei der Dinner Party so eine Liebe verbreitet, so eine Freude verbreitet, an die wir super, super gerne zurückdenken. Und ich finde es so interessant, wie Emily das gelebt hat, auf dem Weg wohin, wo es sehr, sehr herausfordernd war. Im Endeffekt, ja, seit zwölf Jahren herausfordernd für euch als Familie, auch als Freunde, Leute, die sie begleitet haben. Jetzt im letzten Monat habe ich nach und nach ein paar Leute auch von hier kennenlernen dürfen und zu sehen, dass ihr natürlich schon eine viel längere Geschichte habt, schon durch viel mehr Hochs und Tiefs mit Emily gegangen seid. Aber auf diesem Weg war Emily immer mit so einer Freude noch unterwegs, was unglaublich ist. Und eine Sache, die Emily unglaublich wichtig ist und war, ist etwas, was wir in der Bibel finden, in Johannes 14, und zwar steht da folgendes. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus über sich selber, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich fand es so spannend, auch alleine in den Gesprächen jetzt mit Thomas und Grace zu sehen, dass das immer so im Fokus war. Und ich glaube, dass da auch das Geheimnis von dieser Freude von Emily in diesen herausfordernden Situationen auf dem Weg liegt, dass Jesus das Zentrum war. Und eine Sache, die mich richtig berührt hat, war, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, Grace, aber als wir vor ein paar Tagen gesprochen haben, hast du in einem Satz gesagt, boah, wenn ich so Emily beschreiben müsste, dann, sie hat immer so ein Leben in Fülle irgendwie gelebt. Sie geht mit Gott und genießt ihr Leben, erinnerst du dich? Und dann total spannend, so ein paar Sätze später meintest du, Also als Mutter habe ich immer dafür gebetet, dass sie ein Leben in Fülle und für Gott lebt. Ich habe gedacht, wow, wie krass, was die Gebete einer Mutter für Auswirkungen haben in der Tochter. Und ich wollte euch auch einfach als Eltern, ich weiß, wir kennen uns erst relativ kurz, aber sehr intensiv, würde ich behaupten, einfach wie ihr als Familie, Kevin, wir haben uns jetzt noch nicht so oft kennenlernen, aber ein-, zweimal gesehen, wie ihr als Familie auch in dieser Situation, dieser schmerzhaften Situation das tragt, trotzdem im Glauben ist unglaublich und ihr seid ein riesengroßes Vorbild darin, auf diesem Weg zu sein. Und ein Vers, der diese Fülle so sehr ausdrückt, von der Grace geredet hat, auch über Emily, steht in Johannes 10, Vers 10. Da steht, das ist etwas, was Jesus selbst sagt, Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen ein Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ganz kurz, gut, dass ich diese Taschentücher mit habe. Leben in ganzer Fülle. Und ich weiß nicht, wie es dir generell in deinem Leben geht. Ich kann mir ungefähr vorstellen, natürlich nicht wirklich, weil wir uns nicht persönlich kennen, zumindest die meisten nicht, wie es gerade geht, als eine Person, die Emily liebt. Und auf jedem Weg geht man durch auch so Täler. Und ich habe diese Spannung ja schon angesprochen, dass wir heute das Leben von Emily, was sie hatte, feiern. Aber gleichzeitig gibt es so einen Widerspruch zwischen der Wirklichkeit und unserem Wunsch, den wir gerade erleben. Weil die Wirklichkeit, dass wir heute Abschied nehmen, ist ja nicht unser Wunsch. Und in dieser Spannung ist es manchmal total schwierig zu wissen, was macht dich jetzt damit? Und es gibt ja, ich sage mal so zwei Extreme. Das eine Extreme ist zu sagen, einfach nur, Hammer, Emily hatte so ein tolles Leben. Wenn du auch gläubig bist und daran glaubst, dass es nach dem Leben hier auf der Erde weitergeht, sagst du wahrscheinlich, wir werden Emily wiedersehen. Und das ist alles. Oder das andere Extreme ist, dass wir nur in Traurigkeit und Schmerz leben. Und ich glaube, beides ist wichtig. Und dafür würde ich gerne ganz kurz in Psalm 23 gehen. Ein sehr berühmter Psalm, das ist ein Buch in der Bibel. Ein paar Verse, da steht folgendes. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Ich glaube, ich finde es so spannend, hier wird ja über diesen gedeckten Tisch im Angesicht der Feinde, das ist ein älteres Wort, aber so umringt von Feinden deckt Gott uns den Tisch. Ja, etwas Positives eigentlich, etwas Kraftgebendes. Und hier ist mein Gedanke zu diesem zweiten Punkt mit dem Tal. Ich glaube, dass, wenn wir versuchen, das Tal der Trauer zu umgehen, verpassen wir den reich gedeckten Tisch. Wenn wir versuchen, das Tal der Trauer zu umgehen, Abkürzungen zu nehmen, nur in diesem einen Extrem zu sein, verpassen wir den gedeckten Tisch, den Gott für uns hat, in diesem Tal. Hier steht nicht, wenn du am Ende angekommen bist, auf dem Berg, da gibt es ein Buffet. Wissen wir, wenn man so Bergsteigen, ich bin nicht so der große Bergsteiger, muss ich ehrlich sein, aber ich habe gehört, da gibt es dann immer so Hütten und dann freut man sich auf Semmel oder was auch, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es dann da gibt, aber Bier wird meistens, es wird meistens über Bier geredet und über irgendwelche tollen Sachen und das ist, glaube ich, oft unsere Vorstellung auch im Leben. Wenn ich am Ende von einer Herausforderung bin, von Schmerz bin, da will ich eigentlich so schnell wie möglich hin, was natürlich verständlich ist. Die Bibel redet hier aber über ein Prinzip, was, glaube ich, für uns vor allen Dingen in so einer schmerzhaften Situation voll der Schatz sein kann, zu verstehen, dass in diesem Tal der Trauer ein gedeckter Tisch ist. Ein Tisch, der symbolisch bildlich dafür steht, dass wir heilen können, wieder zu Kräften kommen können und oft tendieren wir aber dazu, das zu ignorieren, den Schmerz zu ignorieren oder zu versuchen, drum herum zu kommen. Ich möchte uns einfach heute ermutigen, nicht nur in diesem Ort zu sein, aber nicht zu versuchen, das zu umgehen. weil was ist Trauer? Trauer ist ein Loslassen. Ein Loslassen von etwas, was so nicht änderbar ist. Und das ist etwas, was wirklich schade ist. Und ich glaube, das ist total wichtig für uns zu verstehen und vielleicht ist das auch der Grund, warum das hier so im Psalm 23 steht, dieses Anerkennen, wirklich tiefe Anerkennen, das ist wirklich absolut schade und traurig. Weil in diesem Anerkennen werde ich anfangen, loslassen zu können. Der Weg, den Emily gegangen ist, über den die Bibel redet, ist fokussiert auf Jesus. Dieser Weg geht durch Täler, durch Herausforderungen, wo wir in diesen Tälern trotzdem einen gedeckten Tisch finden können, wo wir nicht einfach versuchen sollten, so schnell wie möglich rauszukommen, sondern im richtigen Tempo zu sitzen. Aber wir alle wissen, man sollte nicht den ganzen Tag nur essen. Es gibt auch eine Zeit aufzustehen und weiterzugehen. Und drittens, das Ziel. Der Weg, das Tal, das Ziel. Ich weiß nicht, wie viele es von euch gesehen haben, aber dieses Bild hat Thomas gepostet auf WhatsApp in diesem Status mit dem Bibelferst, den auch Stefan eben schon zitiert hat. Ich lese es uns einfach nochmal vor. 2. Timotheus 4, Vers 7, da steht, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Und ich fand das so stark, was ein Ausdruck von Glauben von einem Vater, das zu posten. Und nicht nur zu merken, das ist so, macht er einfach so, sondern auch im Gespräch zu merken, das ist wirklich auch seine Überzeugung, auch wenn es natürlich sehr krass schmerzt. Und ich glaube, oder nicht ich glaube, ich kann persönlich sagen, darin ist Emily mir persönlich ein absolutes Vorbild, wie sie das gelebt hat. Und ich weiß noch, vor ungefähr drei Wochen, als ich im Krankenhaus war, war so ein Moment, der, es war auch natürlich eine surreale Situation, wir waren da zusammen als Familie und ich war am, saß am Bett und habe so ihre Hand gehalten. Ich dachte so, was ist das eigentlich für ein Mist hier? Und dann hat Emily gesagt, Emily, wer hätte das gedacht, dass wir zwei noch Händchen halten werden? So eine komische Situation. Und wisst ihr, was verrückt war, auch wenn sie in dem Moment, sie war voll da, konnte kommunizieren, aber nicht reden und hat dann auf so einem Blatt Papier geschrieben, hat gesagt, er hat drauf geschrieben, wie geht es, wie geht es deinen Töchtern? Ich denke mir, wer bist du? Versteht ihr, dass in so einer Situation du über meine Kinder nachdenkst, über andere Leute und das ist etwas, was so sehr dieser gute Kampf in diesen Situationen, in diesen Herausforderungen trotzdem so eine Freude und so eine Liebe für andere Menschen zu haben, da ist sie mir ein unglaubliches Vorbild und auch nicht nur kurzzeitig, sondern bis zum Ziel. Und ich wünsche mir einfach für uns und damit möchte ich schließen, einfach nochmal zusammenfassen, dass egal was deine Story ist, egal auch was deine Beziehung mit Emily war, dass wir alle auf diesem Weg mit Jesus bleiben oder es starten. Ich kenne deine Story nicht, aber ich kann nur eines sagen, allein das Leben von Emily ist ein Zeugnis dafür, was für eine Kraft Jesus hat, was für eine lebensverändernde, hoffnungsbringende Kraft, die alles verändert, sodass wir auch mit einer Hoffnung in die Ewigkeit schauen können. Mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen, jeder ist unterschiedlich, jeder geht auch unterschiedlich mit so etwas um, was total wichtig auch ist, dass das okay ist, durch dieses Tal der Trauer gehen, auch wenn diese Wirklichkeit nicht unserem Wunsch entspricht, damit wir den gedeckten Tisch nicht verpassen, der da ist, die Stärkung und dieses Loslassen, um dann gestärkt durch das Tal weitergehen zu können. und mein Wunsch ist, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen, sodass wir alle irgendwann mal sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufs erreicht, ich habe am Glauben festgehalten und wir alle gemeinsam Emily wiedersehen und das wird eine Party, wenn sie ihre Urgelele auspackt. Ich würde gerne einfach zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dir vertrauen können, auch wenn vieles Logische und viele Fragen da sind, wollen wir dir sagen, dass wir dir vertrauen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Ziel und das Leben. Gott, ich danke dir besonders jetzt in diesem Moment auch für die Familie von Emily. Gott, ich bete für deine Kraft, auch die Kraft in diesem Tal der Trauer zu sein mit dir, Gemeinschaft zu haben an diesem Tisch mit dir. Gott, ich bete, dass wir alle auch sensibel dafür sind, wie wir einander unterstützen können in unterschiedlicher Art und Weisen in dieser Zeit. Gott, danke, dass du unsere Hoffnung bist. Das bedeutet uns mehr, als wir jemals in Worten beschreiben können. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Vielen Dank.